Ich war in dieses Mädchen verliebt, sie aber nicht in mich. Komplizierte Geschichte. Wir sind hier die einzigen zwei, die noch Single sind. Tom, ich bin schwul. Allein sein ist keine Option. Warum bist du hier? Ich brauche Hilfe, ich habe ein Problem mit Frauen. Ja, ich habe gesehen, dass sie kein Problem haben und bitte sie fragen, ob sie mir vielleicht ein paar Tipps geben könnten. Mädchen im Hof, einfach nur lächeln und hallo. Funktioniert immer. Eine alte Freundin ist bereit, eine Fotoausstellung mit deinen Bildern zu machen. Allerdings müssen wir noch ein paar Fotos machen. Das bist schon du, oder? Ich muss sagen, dass ich es nicht erwartet hätte. Das ist eine ganz neue Seite von dir. Das war eine doofer Wichserpiste eigentlich. Das ist aus, die wird nie wieder mit mir reden. Hast du schon mal was vom Romeo-Programm gehört? Der Blick zieht bei mir nicht. Das ist aus, die wir nachdem. Das ist aus, die wir nachdem. Das ist aus, die wir nachdem. Untertitelung des ZDF, 2020